Ne, wir gehen da ganz sicher jetzt nicht rein. Da hab ich jetzt grad total keinen Bock drauf. Bitteschön. Meine Güte, meine Güte. Och. Schön. Tut mir leid. Weil ich jetzt zum dritten Mal anfange, aber... Hey. Ich will dieses Power-Up haben. Danke. Derbilschut. Meine Fresse. Wollte ich wieder getroffen? Komm, ja. Sag mir ja. Ja. Mir wurde grad mal so das halbe Schild abgezogen, aber... Interessiert ja keinen. Man weiß ja auch selbst nicht warum. Tötet mich ruhig. Ja, tötet mich ruhig. Ist ja nett von euch. Komm. Ja, toll. Ist auch sehr schön, dass ich da... Nein. Werd nicht. Wer hat wieder mindestens einmal getroffen? Von dem da unten. Ne. Was? Durst du mit... Werd nicht... Mw... Nee, muh... Bumm. er könnte jetzt mal wieder so ein Ring machen das wäre sehr großzügig oh ihr seid solche Spinner weil mich dieses Ding auch andauernd treffen muss ja schön ne, da gehe ich jetzt, gehe ich da rein, gehe ich da rein, gehe ich, gehe ich ne, ich gehe nicht da rein, weil ich werde vorher abgeschossen toll schön oh, meine Fresse oder was stirbt so unklar so, jetzt werde ich wieder dreimal getroffen oder so oder irgendwas oder auch noch gar nicht auch schön ich war sehr abwechslungsreich ich werde das Level jetzt noch beenden ich will oh, meine Fresse meine Fresse so wie war die Fresse so ich werde immer darüber Los, stirb, stirb, blablabla. Ja, cool, wa? Toll, wa? Ja, och, mann. Rub it. Rub it. Bäh. Ey, du Spass. Spass, 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 Spass. Spass, Spass. Also diese Elektro-Kugeln sind wirklich die schlimmsten. Scheiße. Mann. Toll, jetzt habe ich eine Bombe verbraucht und habe da nicht mal getroffen, ja. Ist auch sehr toll. Och, das ist ja sehr nett, dass du mir folgst. Ich würde jetzt hier gar nicht mal ein Safety machen. Ja. Ja, 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 schön. Och, was ein Scheiß. Ich verstehe nicht. Ach, das wird aufgemacht. Das ist ja sehr interessant. Toll, zum dritten Mal. Vierten, elften, tausendsten Mal. Ich zähle nicht mehr mit, weil es einfach nur ätzend und langweilig ist. Ach, ja. Komm, dreh dich im Kreis 5.000 Mal. Und das abschießen. Komm, yeah. Ja, ich werde wieder angegriffen von irgendwelchen Scheißdingern, die mir wieder die Hälfte des Lebens abziehen. Ja, 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 ja. Es macht doch Spaß. Spiel. Mein Fresse. Danke. Das Goldene bringt weniger als das Silberne. Danke. Ja, ich werde nochmal von der Seite angeschossen von irgendwelchen Dingern, die ich nicht mehr angreifen kann. Verpisst euch. Komm, beeil dich. Nee. Nee. Och, mein. Meine Güte. Komm, ich sterbe. Ich bin eh tot. Ich kann eh gleich wieder nochmal von vorne anfangen. Bumm. Siehste. Nein, das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht. Och, komm. Schön. ich muss mich dann erstmal nachher wieder ab reagieren das regt mich gerade ein bisschen ich weiß auch nicht was das bringt so ich greife jetzt mal nicht an ich werde von irgendwas angegriffen was mir wieder die hälfte des lebens siehst du da bin da wenn ich das angriffe angreife ich hatte von tausend dingern angegriffen guckt euch das an hallo ja das ist so unfair dass der von der seite noch mal angreifen kann das kunde hoch dann runter dann zur seite drehen so lalala so so soll jetzt mal hier save 1 ausprobieren tut mir leid aber also das ist jetzt nur als Sicherheit falls ich dann irgendwann mal keine Lust mehr hab euch das 1000 und nochmals zu zeigen doch es geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt was ist jetzt jetzt muss ich da wieder rein schön wahnsinn komm ab nach rein so da wie soll ich das denn machen ah ja schön scheiße, scheiße ach ich muss sie aufschießen das ist ja toll weil man das ja auch vorher erahnen kann was man da machen muss sehr interessant so stirb, 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 stirb geh kaputt oh, so, tot ich bin jetzt endlich mal fertig irgendwann ich will dieses Level 2 Videos hinkriegen ach, ach ja jetzt kommt noch ein Endbus irgendwann jetzt gleich ein gut ein ja gut